So, gucken wir mal, dass passt. So, ich grüße auf jeden Fall meine IAC-Fanboys. Den Moron und den Düner. Schießt mich tot. Ihr seid mir viel zu betrunken. So, jetzt geht's eigentlich los. WCG-Finale, hey. Auf der ersten Map gibt's noch RAL-TV, dann müssen wir auf Stream switchen. Sad Story, aber da können wir nichts machen. WCG ist sowieso ein bisschen fail, aber egal. So, dann gucken wir, dass SK spielt. Der erste Map ist übrigens D2, dann zweite Train, dritte Tuscan. So, SK mit 2 von B. Bombard Delpern noch mitte oben. Jetzt ist ja da kurz Cutters gecheckt. Ziehen sich jetzt zurück und... Neo anlang... ne, Neos Steg auf. Loat hat er Supportflash wegen. Aber ist ja noch nicht viel passiert. SK zieht sich da zur TBS zurück wieder. Ja, doch nicht. Es scheint ein B-Split zu werden. Neo hat er, glaube ich, was gesehen. Boah, hat er einen Headshot gekriegt? Nee. Der Cutter ist jetzt eingenommen von SK. Das sieht nach nem... ...Woods Go aus. Neo aber noch mit viel HP. Und jetzt... ...orientiert sich das K zu... ...BE und da steht nur Taz. Das heißt mit dem ersten... ...kann er einen holen und hat halt keinen Support... ...von der Mitte. Jetzt alle... ...fünf Polen über die Mitte. Scheint direkt einen... ...Retake zu geben. Sehr schöner Ends. Blueback. Ich hätte heute auch schon in Cutters gestorben. Sind sehr gut aus die Runde. Boah. Krass. Ich weiß nicht, ob da noch... ...ne Gegenflash kam von SK. Aber wahrscheinlich schon. Hm. Sehr komische Runde. Hatte ich eigentlich dann schon gewonnen für ESC gesehen. ... Aber gut. Also jetzt hiermit voll Spaß. Zweimal. Ich hoffe meine Mikrofon... ...mein Mikrofon rauschen... ...und das Brummen... ...stört nicht ganz so krass. Ich habe mal heute einen neuen Treiber installiert. Hat leider nichts geholfen. Gucken, ob ich jetzt irgendwie einen Griff kriege... ...oder ob ich doch ein neues Headset brauche. ...zell nicht so krass. ...Bomb hat es geholfen. ... ... Der Arrests win. 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 halt gucken und mal sehen was ist jetzt spielt hat er nur auf die kiste gelassen pascha hatte awp so steg wird nichts passieren es zu zweit lang hinten wie auch noch zu zweit beziehungsweise foto und pascha noch mit unten das kommt auf pascha an ob er da ein first track setzen kann es kann auch super defensiv get right und face orientieren sich jetzt erst vor cutters eingang wird auf jeden fall richtung b gehen vielleicht ein besplit oder kurz wahrscheinlich auch erst mal eingenommen ja forest geht als steg wird da gleich eine flash von robbern kriegen steg ist aber nichts der pan wartet mit der bombe vor cutters das soll wie gesagt fähig werden und forrester wird auch nicht wirklich abgedeckt und b steht noch zu zweit und herzen kuben robberner am tor face er vor sich zurück und jetzt kommt der biko ganz schlecht verstehe ich warum er darunter ist hat er wahrscheinlich angst gebänkt zu werden da kann auch keine richtigen gegenfläche ist eigentlich also die runde muss es c der gewinnen wenn sie da schon zu zweit am b sind und passt das gar noch vom probier mit der arve steht ich glaube er kam gar keine richtigen gegenfläche ist bei dem go boah somit schon sechs runden in folge bei sk gelingt dafür alles so ist c kaufen da was geht wollen da unbedingt jetzt die runde jetzt kann das ein spiel da im push sehr schön so kathas eingenommen get right ist aber wieder nur tb ist also die scheint auf jeden fall demo geguckt zu haben von den dass zwei matches von es c es c steht jetzt super kompakt da alle in der mitte versammelt ja durch die overview sieht man das nicht ganz so gut also durch die buggy overview und dann näher überrinnen keine ahnung warum die so am steg den nicht helfen konnten brauchen sie nicht geholfen haben so one on one gut gegen lord was ein headshot von get right 7 0 man da wird doch gern ein bisschen verhöhnt noch oh man also sk einfach super stark gerade ist sie wohl auch jetzt wieder mit eco ich hatte ja gestern schon gesagt also wenn sk hier gewinnt dann sind sie für mich auf jeden fall der verdientere sieger als wenn das es c machen würde einfach dadurch weil sk den viel viel schwereren baum hatte insgesamt einfach viel mehr gute gegner hatte und die teilweise auch dominiert hat und wir haben auf jeden fall der verdienter sieger hier in dem turnier ich meine ich würde es ist natürlich auch gönnen aber so rein objektiv m5 schon die erste map gewonnen 16 1 ja wot also wie die gibt es immer wird immer automatisch aufgenommen bei twitch man es wird dann auch eine weile gespeichert ich weiß gar nicht wie lange ich glaube zwei wochen oder so danach wird es gelöscht außer man speicherzeit für immer also jedes mal wenn man online geht dann rekordet direkt automatisch 2 8 0 jetzt soll sich jetzt ist hier langsam mal was einfallen lassen in katastrophos haben sie da schon gespielt wurden da aber überrannt dann komischerweise ich bleib jetzt mal auf pascha sehen ob er das aber p-duell gewinnen kann da hat man auch direkt weggezogen es kommt auf viert über katastrophos hat doppel habe jetzt schade dass neo nicht auf der kiste ist da sind nämlich gerade drei katastrophos unten jetzt geht es mit daraus was kugeln 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 mit abgesmoked kann der nichts machen test steht gut katastrophos nach delpan sehr schön letzt angesagt wissen dass delpan mindestens katastrophos und freust da auch schöner doppel einschuss zwei getötet doppelfrack von pascha am ende endlich erste runde opa fängt der sträger geht weg ok patscha kriegt dann den hit von delpan krass ich spiel das mal was über lang drei mann da test wurde jetzt komplett allein am weg gelassen hat er die chocoprosi mitte auch komplett umgedeckt nur von vom hüpfer von der kreuzung also ihr seht jetzt setzt alles für eine karte und sieht aber so aus als ob es k übersteht was macht wäre aber ok neo steht so pasha hat ja auch aber jetzt kommt auf neo an ja ganz gutes timing hat jetzt aber viel zu viel angst vor der mitte so pasha jetzt am markloff es wird da wohl verzögert lang kommen jetzt ganz schwer das gibt es in go pasha ist blind verschießt forest kommt da gleich langsam so ist in der fahrer drauf frau ist ist da immer noch da jetzt pushen jetzt auch vor machen sie gut müssen da lang erst mal ausschließen dass da nichts von hinten kommen kann kriegst auch die hits aber forrest macht den check gut dass kuben den rief weg macht fest dass da schon super die runde ist gegessen ist sie zieht sich da auch schon wieder zurück war aber auch echt müssen glückliches timing neo hat er die ganze zeit reingeziert hat auch gutes timing mit der fläche gehabt aber ist dann hat verschoben zur mitte runter und dann ist sk vorgekommen wenn die oder nach paar sekunden länger gestanden hätte dann hätte auf jeden fall vielleicht ein frag setzen können und auch gegen flächen und werden sie dann vielleicht besser vorbereitet gewesen für den go und die ist jetzt eigentlich kein geld geld doch gekauft sehr schön einer bangt einer zieht da rum hat das auch gepusht endlich geht der push mal auf nice sehr schön und der pan letzter mann schön endlich geht der push auf auch fünfer runde ganz wichtig keine waffe verloren 96 ist jetzt noch drin ich gönne den sieg esc aber rein objektiv betrachtet wäre sk der verdientere sieger wenn sie gewinnen dann sind sie zurecht haben sie zurecht als das beste team von des turniers betiteln was man bei ist sie dann nicht unbedingt sagen kann meine meinung so was wahrscheinlich drauf kuben hat der abel bekommen und ist der katastrophen gepusht und hat gedreht ein tbs geholt so und die restlichen sk spielt alle mitte lord ist da noch am steg ist an den treppen ach kuben jetzt gestorben gegen delpan jetzt kommt es auf lord an entweder macht er zwei frakes er kommt noch jetzt kriegt er auch support ist aber blind schön von pasha nice mit lord haben sie grad nicht so wirklich gerechnet macht er den headshot sehr schön auf geht's ja doch nochmal komm doch nochmal zurück jetzt und delpan hat keine arme mehr also auch nicht mehr so viel geld bei sk am start dsc mit maxi eiern pushen da mitte hoch nice und können beide frakes setzen sehr schön bombe oben down get right noch vor katas müsste da eigentlich mal rein pushen hatte aber ein bisschen angst delpan wird es allein lang gelassen macht er den super notchy na ok doch nicht hier geht jetzt vor pasha zielt da lang zum plateau und die beiden anderen sk spieler von katas mit kubin hat dann ist die runde gewonnen so pasha macht auch den freck somit der mini mini fake noch überhaupt nicht effektiv und jetzt geht es zum b ok so jetzt kommt es auf den support von kuben an und wie lange tess da überleben kann ok get right ist nochmal runter gegangen sucht da den freck geht da gleich mit heraus krass macht er den headshot so und jetzt hat tess keinen support mehr so richtig weil jetzt ganz wichtig dass er da steht und überlebt und zeit rausholt hat zwar überlebt eine weile aber die bombe war down hätte falls die bombe gehabt hätte sie auf jeden fall noch leben können sehr schön ja doch nochmal also sks bist du draus gemacht aus dieser two and five situation haben wir noch zwei von raus geholt naja also die knapp 10.000 zuschauer gehen jetzt noch mein ist ja auch wochenende da passt das schon neun vier pasha jetzt mit demselben move den kuben gemacht hat da wollte er es genau selbe machen wie kuben vorhin weil der get right an tbs maschen aber ich weiß gar nicht ob sie wussten dass sie eine eco jetzt haben ich bin abgeflägt aber oben guck rechts guck rechts guck rechts oh gott oh gott über zwei für sk jetzt not steht aber noch ganz gut sk zieht sich tbs zurück get right bleibt cutters und neo hat glaube ich neun interessant runde wird es der einzige der ein bisschen kontrolle hat da ein bisschen infos aber auch nur nicht so wirklich viel muss da jetzt auch angst vor lang haben super timing von dort aber face macht den frakt somit offen und neo schafft es nach headshot rampe zu kommen jetzt ersten zweiten dritten die waren wahrscheinlich low schön von neo kommt macht vierten nice schöne runde von neo super gespielt wusste da dass er wenn er headshot rampe kommen die runde nachholen kann hat es richtig gemacht habe jetzt leider nicht geguckt wie viel ap die noch hatten aber schönes comeback von esc stande neun eins glaube ich Oder zumindest 8-0 und dann vielleicht jetzt noch zu einem 6-9 gedreht. Der Pan verschießt ausnahmsweise mal. Der SK hat bisher nie was überlang gemacht. Also hier steht er zu zweit. Alle jetzt Mitte und ein bisschen doch nicht. Tess schiebt er wieder auf den B. Es scheint ein Fake zu werden. Forrest mit Forrest an Treppen. Cut. Was ist der Frack denn jetzt passiert? Robin ist glaube ich am Steg gegen Pasha geschn... Keine Ahnung. So Mitte raus. Pasha 1. Wird da abgeaimt. Kann da auch gut gegenflaschen. Sehr schön. Hat er Splint. Boah. Nice. Schöner Frack von Pasha. Schön macht den Fußhit. Und Tess finde ich den. Also sehr sehr schönes Comeback von ESC. Okay. crossing ist der waistband. Okay. Okay. Also sehr schönes. Stay seated. autonome. Ich bin ein Geschenk. Und ich bin ein Schöner. Ich bin ein Schöner. Okay. Und ich bin ein Schoner. Also zu den Spectator-Zahlen, richtig interessant wird es ja dann eigentlich nur, wenn der HLTV weg ist und wir auf dem Stream switchen müssen. Dann wird es interessant zu sehen, wie viele Zuschauer es wirklich sind, insgesamt. Aber egal, sonst lässt sich weiter stören. Die Halbzeit sehen wir jetzt auf jeden Fall noch auf dem HLTV. Dann switchen die Spieler auf die Bühne. Ja, Neo hat eine USP, ich weiß nicht, ob er sie bekommen hat oder selbst gekauft hat, ist aber auch egal. Ja, aber egal ist es nicht, aber das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Eskaternt Tower. Die SC zu dritt mit oben, zwei Kadas unten. Forrest hat lang, glaube ich, kurz gespottet. Steht da noch weiter Backkante. Da wollten sie Mitte raus oder irgendwie spotten. Das war jetzt der Ausgleich. Und A ist relativ offen. Schön, der SC macht dann nicht den Go und überrennt jetzt Get Right. Wer da aber super steht und Support von Hedgefremien bekommt. So, Face noch allein am B. Face macht da einen. Zweiten. Sick. Sehr krasse Pistel. Scheine auch wieder relativ gewusst zu haben, was das SC da spielen wird. Mit dem Tower und... Das sah alles sehr... ...drauf eingestellt aus. Aber warum bin ich gelegt? Diegel Kev. Oh, ein paar Schaden. Ich kann schon gerne ansagen, dass lange ist. Jetzt fährt kurz durch. So, jetzt... ...Torrest. Schön. Und Get Right steht wichtig, dass er den lang danach holt. Sonst wäre der die Zange gewesen. Bombe. Was ist denn die Bombe? Ich sehe sie nicht mal auf der Overview. Ach, da ist sie... ...dies... ...CTB ist da runtergefallen. Da sieht man sie, glaube ich, am Element. Und Kuben versucht da jetzt einfach nur eine Waffe zu picken. Schaut aktuell nach keiner B rein. Aber so wie ich... Ja. Ah. Ja, jetzt. Verkleinbar ist, Forrest. Ah, lol. Ich glaube, Faze hat sich da einfach nur... ...rumgedreht und direkt X gegeben. So, jetzt Fulschbar bei den Polen wahrscheinlich. Schade, das dämpft das Comeback ein bisschen. Mit gewonnener Pistol wäre das hier... ...viel spannender. Nicht, dass es K. jetzt vorbeizieht hier. Hat Delpan eigentlich jetzt schon Awe? Packt sie aus. Sieht auf jeden Fall danach aus, ja. ESC da lang erfolgreich gewesen. Konnte eine Waffe aus dem Spiel nehmen. Spielen jetzt auch mit der. Oh, interessant. Faze war... Cutters gepusht. Kann er ansagen, dass da nichts ist. Und ESC verschiebt gerade komplett zum Cutters Eingang. Okay, jetzt ist aber Delpan an den Treppen und können jetzt eigentlich ahnen, wo sie sind. Ja, zack, es vorwärts auch an. So, jetzt mal gucken. Delpan spawnt zu lang oder wird vielleicht kurz geboostet? Ja, ich glaube, er will da kurz geboostet werden und gucken, ob Pasha... Pasha hat AK. Also keine Awe bei den Polen. Schlitz wurde, glaube ich, ein bisschen gezielt. Boah, ein Delpan... äh, Faze pusht da direkt Cutters rein. Steht da am... am Starrix. Sehr gute Posey. Gucken, ob Lord... ähm... Lord das checkt. Nice. Macht da den wichtigen Frack in Cutters. Jetzt geht's mit daraus schnell. Sehr schön reagiert. Können da abflaschen. Forrest noch am WM-Loop-Eck. Kann da aber noch Frack machen. Nice. Wichtig von Pasha. Das Forrester stirbt. Jetzt 3 und 3. Ne, 3 und 2. Die Runde muss an ESC gehen. Oh, oh. Krass, ich weiß nicht, warum... Leo hat ja wahrscheinlich gedacht, dass sie schon weg sind. Ah, gut. So, Delpan kriegt da die Awe durch. Also, ESC wird auf jeden Fall nochmal kaufen. Der ist zu win. So, wie gesagt, ist Karte gekauft, was geht. Nice. Grubenbank. Da hat Delpan auch gleichzeitig kurz offensiv gewesen. Für einen Frack-Austausch. Getright macht da wieder so ein Special in der Grube. Hat man jetzt auf dem Event schon öfter gesehen von ihm. So, ESC hat gerade keine Informationen mehr. Stehen da auch alle 1 relativ einzeln. Und Face allein am B. Und da soll es jetzt hingehen. Bauen dann der Posi macht er maximal ein. Jetzt ist er auch angesagt. Hat auch keinen Support von der Base. Kriegt Headshot. Muss jetzt sterben. Sehr schön. So, jetzt Überzahl und ESC kann er nicht dir helfen. Sind da viel zu weit weg. Nice. So, 3 und... 3 gegen... Ach, Quatsch. 3 zu 2 jetzt. Also, ESC bleibt dran. Gute Entscheidung da, direkt zum B zu gehen. Nach diesem 1 zu 1 Austausch. Mussten wir das... Ähm... Mit der Offensivarbeit war. Na, der Frack. Ich weiß nicht mehr genau, wer mit reingepusht war. Aber vielleicht war es ein B-Spieler. Und ESC hat das wahrscheinlich gemerkt. Und ist deswegen direkt zum B. Vielleicht war es der B-Supporter oder so. Was, äh... Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und ESC kauft nochmal, was geht. Wir hatten ja wieder zwei Waffen gesaved. Wollen ja auf jeden Fall dranbleiben. Und solange Delpan die ABA hat, dann... Hat Nico ja gestern auch schon gesagt. Also, SKs CT-Spiel auf D2 beruht eigentlich nur auf Delpan. Auf seinen First Tracks. Neo schon kurz eingenommen. So, wissen jetzt, dass SK außerhalb deckt. Könnten... Nee, sie wissen ja, dass die Waffen noch sind. Da sind. SK diesmal zu zweit am B. Und das scheint ein Fake zu werden von Neo und Pasha. Ich glaube, Neo hat die noch gesehen. So, jetzt aber Fake ohne Frack. Jetzt geht's raus. Nice. Und First hilft Face nicht richtig. Weil der Neo gut Stress gemacht hat. Boah, das ist die dritte Runde in Folge, die SK da am B verliert. Nice. Lol. Scheiße, ich hab gerade weggeguckt. Hat der ihn da gebankt? Ja, ich glaube, er hat ihn gebankt. Kubenlob, den da nochmal. Krass. So, 3 zu 3. Damit 12 zu 9. Nimm mir noch die Führung für SK. Und jetzt müssen sie sparen. Haben alle Waffen verloren. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie... ...doppelspar machen. Bin mal gespannt, ob SK jetzt was an B ändert. Wie gesagt, drei Waffen... ...alle drei Waffenrunden, die sie verloren haben, wurden an B abgegeben. So, Delp. Okay. Doch keine Doppelspar. Delp haben wieder mit AWP. ESC wird ihr Spiel ohne AWP auf jeden Fall beibehalten. Wir bauen da jetzt Todesgang auf. Gibt vielleicht einen schnellen Massplit. Robban, er sitzt Doppel-AWP. Robban hat da oben... ...mitte oben rechts gezielt und... ...den Frag setzen können. Boah, Neo schon... ...Neo schon durch. Robban, war da ein Ticken zu spät. Und wenn Neo jetzt vorgehen würde... Ah, ne. Okay. Delp steht schon am Makel-Auf. Pasha soll da wohl wieder mit Neo faken. Und ich glaube, dann sucht Taz den Frag-Mitte. Schön. Sehr schön gespielt. Boah. Nice. Richtig gut gespielt. Taz faked da den B-Split. Dann zieht, glaube ich, Steg rum. Macht die... ...die Frags am A. Also, da sitzen auch einfach die Frags. Also, taktisch schön gespielt und... ...super Aiming. Sehr gut ausgespielt. Sieht selbst mit dem... ...mit in der Unterzahl-Situation. Nice. Stark von ESC. Drehen hier nochmal richtig auf. Tja, ist K.A.L.S. wieder mit Neiko. Die sind auf jeden Fall gut money fucked und sind da im Teufelskreis drin. So, 6 zu 3. Jetzt fasst der Ausgleich. Der Skal immer noch die Führung 12 zu... Ne, Moment, Ausgleich jetzt. Genau. 12 zu 12. Und jetzt hat... ...Pasha Aave. Proband zielt... ... oben links. Neon nimmt da wieder schnell kurz ein. Aber da steht diesmal Delpan. Okay, ich stehe da oben Treppen. Ist hier schon verschoben. Delpan geht hier kein Risiko ein. Hier ist jetzt hier ein Steak eingenommen. SK hat keine Infos. Die stehen da super Standard. Face deckt die Mitte auch vorm B. Das gibt's jetzt ein Kurz-Go. Oh, nice. Die Smoken Delpan da ab. Der kann jetzt da nichts machen. Da steht der Hedger dran. Okay. Anscheinend kann er doch was machen. So, jetzt schöne Flächte in Guseck. Ins Guseck. Delpan jetzt blind. Mal gucken, wie lange Neo überlebt. Schöne Granaten da. zur Headshot-Rampe. Schön. Robanets von meinem Spieler. Super viel HP noch bei allen Robanets. Sowieso nur Aave. War sehr schön. Schöner Go von ESC. Gut abgesmoked. Ich glaub, Delpan hat er da einfach nur reingehalten. Das war eher so ein Luck-Frag. Ich glaub nicht, dass er was gesehen hat. Dann noch super abgeflascht ins Guseck. Sowieso die wichtigste Flash bei einem A-Go. Und dann noch weiter lang abgeflascht von ESC und Granaten geworfen. Also, sehr, sehr schöner Go. Aber wie gesagt, es hat halt null Infos. Da verliert man auch mal so ein Go. äh, so ein, so ein, so ein, ja, gegen so ein Kurz-Go. So. Roban hat die Aave wohl Delpan gelegt. Ne, im Moment ist Robin Cut noch gestorben, hab ich jetzt, äh, nicht drauf geachtet. Aber Face, der war ja schon am B gestorben. Hat's grad ein bisschen überfordert. Boah, und das wird direkt wieder die nächste Runde wahrscheinlich. Schönes Doppel auch in Cutters. Hier ist es, hier safter, vier Waffen. Farmers. M4. Das Wichtigste, keine AWP. 8 zu 3. Okay, nach einer Runde hat der SC das Draw. So, mal gucken, ob SK jetzt mal offensiv spielt oder irgendwo Infos sammelt. Weil durch dieses defensivische Spielen gewinnen sie ja keine Runden gerade. Offensichtlich. Ich bin wieder Standard. Delpan schiebt jetzt zur Headshot Rampe. Get right allein in der Grube. Okay, Robin hat da eine schöne Gegenfläche. Da hat, glaube ich, Gegenflächen und dann auf die Kiste springen oder so. Aber ESC geht's lang. Get right kriegt. Hat nochmal Glück. Ich wollte schon sagen, kriegt keinen Support, aber da kam eine Flash. Neo macht der... Oh, Neo, sehr schön. Ist da mit rausgepusht, vernasht der Forest. Wichtig, dass ein Neo deine Frack macht. Und mit Face nur noch alleine am A. Ah, nice. Neo macht Delpan, der da verschieben wollte. Sorry, dass ich da nicht drauf war, aber Neo entscheidet einfach die Runde. Und gewinnt für ESC das Draw. Hat auch super aufgepasst. Wusste, dass Face ein B-Spieler ist und auf jeden Fall auch ein B sein muss. Nice. Also, schön gedacht auch. ESC lang eingenommen. Dann Neo mit raus. Konnte den Frack setzen. Der ist so richtig schön. Damit das Draw. Krass. Hätte ich... ...überhaupt nicht gedacht. Nach der... ...sehr, sehr, sehr dominanten... ...Führung von SK vorhin. Haben jetzt zwar Waffen, aber... ...wahrscheinlich wenig Equipment. Doch nicht. Boah. Get right mit Awe. Was ist denn da los? Will jeder mal. Nicht, dass sie sich schon wieder... ...anmaulen und rumweinen. Hat Get right ja bis... ...häufiger erwähnt, dass... ...wenn sie rumweinen und so, dass sie da... ...öfter Spiele verlieren und... ...wenn sie das nicht tun und... ...fokussiert sind, dann... ...gewinnen sie die Matches. So, es ist hier mittlerweile... ...am A drauf. Test fuckt da auch noch... ...B ab. Macht auch den Frack... ...g. Nice. Richtig stark. Klass. Also Respekt. Kleiner Knatscher hier. Für ESC. Schöne erste Map. Schön dominant von SK. Dann gut zurückgekommen von ESC. Dann Pistol wiedergewonnen für SK. Und... ...ESC dann aber super gespielt als Terror. Nice. So, jetzt... ...dang noch fürs kurzfristige Einschalten. Die Spieler werden jetzt auf die Bühne wechseln. Und ich glaube, da lief vorhin noch... ...nächstes Spiel. ...Crossfire oder so. Mal gucken, ob da jetzt das... ...Spiel schon fertig ist. Also das wird jetzt bestimmt... ...mindestens eine halbe Stunde dauern... ...ehe es da weitergeht auf der zweiten Map. Wie gesagt, die Spieler switchen jetzt auf die Mainstage. HLTV wird es nicht geben. Das heißt, wir müssen jetzt alle auf den Stream. Restream mache ich nicht. Ist mir ein bisschen zu riskant, glaube ich. Und... ...jo... ...sehen wir uns alle quasi auf dem Stream wieder unter den Comments. Müssen wir jetzt alle mit einer sehr, sehr schlechten Qualität vorlieb nehmen. Keine 50 FPS. Kein Breitbild. Keine HD-Auflösung. Alles scheiße, sozusagen. Bis auf die Kommentationen vielleicht. Und die Stimmung vor Ort kriegt man ja mit. Immerhin ein paar Pluspunkte, aber... ...naja. Also, zweite Map auf dem Stream. Ins Matchspielenplatz 3 gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Außer... ...ESC gewinnt das. Und da ist noch eine dritte Map. Und die würde ich dann noch komplett sehen können. Dann gehe ich vielleicht noch... ...übertrage ich vielleicht noch die dritte Map beim... ...Spielenplatz 3, aber... ...das kommt wirklich drauf an, ob es da überhaupt eine gibt. Also, schönen Dank. Gute Nacht. Und viel Spaß noch auf der zweiten.